Wie machen wir das jetzt noch abgerundet? Machen wir da noch was Gutes draus? Wenn ich ein buchen habe... Puck! Ich habe das Callum Lade in Deutschland, ihr habt einen68g, Geld zu schützen. Ich bintawain... Ich habe die Heben. Ich habe die Heben. Die Heben. Es ist zu schlafen. Ich werde noch ein bisschen aufbauen. Hm. Experimentieren. Okay, die Bustodien. Untertitelung des ZDF, 2020 Nei, nei. So wird es gehen, und wen haben wir hier, als ganz hekimischen Monster, ist hier schon ausgebucht, die Bude bevor sie überhaupt eröffnet hat, dann kommen wir mal rein, dann haben wir hier und Josef und Zimmer ist mehr frei, so sieht es aus, müssen wir mal einen Stein anbauen. So. 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 Na ja Wie sieht das noch gewollt aus? Soll ich hier noch? Wenn wir jetzt hier noch reden, bauen sie das noch von unten, von unten wird es niemand sehen. Ich habe es gewollt aus. Okay, wenn wir das jetzt noch hier abbauen. Okay. 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 So. Und es schneit. Schneide, schneide. Kommt aus dem Haus. Okay. 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 And it's just like, mingling. Leute, hier ist die einfach ein Einblasen. Die hat mich aktiviert, das war's. Das kann ich nicht den Übel. Das ist einfach ein bisschen zuhause! Ich mache mir das einen Wissen. Puh-puh-puh. Ich mache mir das ein bisschen zu Hause. Es ist immer ein bisschen zu Hause. Gut. Schnellt die Hirschmereien. Ist ja gar nicht schön. Jetzt ziehe ich fast nichts mehr. Wow. Schnellt die Hirschmereien. Die Hirschmereien. Die Hirschmereien. Ja. Ich bin hier. 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 Ja, 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 bisher. Wie lieb's bei euch. Ja, ja, 2020. 2022, äh, 2021. Konsequenz zu Ende ziehen. Ja, ja, ja. Springen sie mich nicht aus dem Fenster. Mal her. Ja, gut. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen... bisschen versetzt. Hold on. 2 Gen X. 1 Gen X. 2 Gen X. 3 Gen X. 3 Gen X. 3 Gen X. Wenn wir das Dach hier zu kriegen, gucken wir auch gleich. Es beginnt sich an zu schneiden. Ja, es regnet in gewisser Weise auch. Ja, so geht es natürlich auch. Tun noch Fenster rein. Ich habe hier ein weißes Glas benutzt, ok. Das ist nämlich auch ein weißes Glas. Ich habe hier zwei und drei. Ich habe hier ein paar Worte in die Wasser geliefert. Ich habe hier ein paar Worte mit Glas. Ich habe hier ein paar Worte aus dem Wasser gelegt. Ich habe hier eine kleine Worte mit dem Wasser gelegt und das Wasser gelegt. Wenn ich das Wasser verletze, dann habe ich das Wasser gelegt. Ok, da müssen wir noch zu Ende bauen, jetzt gehen wir hin. Ok, da müssen wir noch zu Ende bauen. So. 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 So.